Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Fett The Beast Fitter die Bestie oder Fick die Bestie oder wie man es auch immer denkt Und wir sind jetzt noch in der kurzen Aufnahmepause hier hochgelatscht Und jetzt sortiere ich hier nochmal ein paar Sachen ein Und ja... So ihr euch wieder aufregt, es ist halt so Hast du noch ein anderer Shader? 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 Dieses... Dieses komische da... Für Magie Äh... Sharp meinst du? Da... Da... Gut ich hab beide 1 Geil jetzt haben wir ein Regal allein mit Shards voll Okay episch Ähm... Mit Leertaste Mit Klick und Leertaste oder? Ne warte... Irgendwie mit Leertaste gehen das Ja aber wie habe ich das gerade gemacht? Verdammt! Egal Ähm... Da ist meine Iron Furnace und da ist das Refined Iron So... Ah Moment wir müssen jetzt noch kurz Dinge suchen Oder wir müssen in dieser Folge Dinge suchen Alpes Herz! Warum wohl? Warum bloß? Äh... Äh... Weiß ich nicht Zack... Boah die Kiste ist wieder sortiert Oh wir haben Kakaopohnen und... Ah schade ich dachte... Nein! Oh! Verdammt! Hast du eine Ho? Äh... Nein! Da drin ist eine! Ho 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 ho! Da drin! In den Regalen! Achso! Zack! Komm raus! Nein! Ich wollte dich da nicht reinlegen So! Was ist Henquin Leaf? Was kann man damit machen? Zack! Alt Klick! Nein! Ich wollte es nicht drauf nehmen! Verdammt! So! Zack! Zack! Äh... Das habe ich keine Ahnung wie man das anpflanzt Okay... So! Haben wir wenigstens etwas Henquin Leaf Wofür man auch das immer braucht Zack! Äh... Ich bräuchte mal ein Regal Kannst du mir noch ein Regal machen für so ein Projektregal? Vielleicht? Das wäre ganz... Was für so ein? Für unser Projektregal Also immer für die Maschine die wir grad bauen wollen Okay... Das wären... Oh da haben wir noch Seeds Henkel Seeds Dann haben wir noch mehr Seeds Seeds Oak Sapling Seeds So... Dann werde ich die auch direkt mal anpflanzen Und... Da ist unser Projektregal Hängt an der Wand Okay... Dankeschön Dann tun wir mal da Refined Iron Rite Clutch Zack Und den Iron Firm ist perfekt Und hier habe ich noch 2 Ofen So... Jetzt haben wir schon langsam eine kleine Ofenwand Und... Ich pflanze mal hier einfach so ein paar Bäume wieder an Und... Dann... Da haben wir noch eins Noch eins Äh... Wir müssen noch... Wir müssen noch eine Karotte anpflanzen Äh... Ja... Hast du eine? Ja Ja... Okay, sehr gut Da ist noch ein freies Feld Sogar jetzt 2 freie Felder für dich Okay, gut Ich habe leider nur eine Karotte Okay Ist ja nicht schlimm Hauptsache etwas Und... Äh... Wie sieht die Karotte denn aus? Ja... So sehen die aus Achso... Ja... Okay... Die wachsen halt noch, gell? Ähm... Ja... Das weiß ich Stonex Steinachse So... Da haben wir schon wieder Saplings Und... Wir haben noch Kies Ich arbeite mal unseren Kiesweg Die Frage ist in welche Richtung Und... Jetzt... Da habt ihr alle drauf gewartet Dum 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 Ich will Rubber Oh yeah Ich will mit Ach man, wie geht das denn jetzt nochmal hier mit der... Hast du ne Axt? Wo geht das? Nein! Mal schnell ganze Kiste leer Boom So... So... Eins... Äh... Zwei... Drei... Vier... Ne, das brauche ich gar nicht Dann... Dann... Woh lang soll unser Weg gehen? Ah... Ich brauche ne... Noch ne Treetab Äh... Hast du Holz? Da ist Holz Fahre ich in 5? Ich weiß es gar nicht Äh... Wie den Wasserhahn anordnen Ja... Sehr gut Ich habe ne Treetab Und... Hast du Essen zufällig? Ich bräuchte Essen Hallo? 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 Müsstest du gleich sehen So... Und ich habe noch Popcorn Nein... So... Popcorn, oder? Also wohin müssen wir? Wow... Autsch... Fleisch... Ein Tucked Corkshop... 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 Ähm... Darunter... Sehst du mich jetzt eigentlich auf der Minimap? Weil du hast ja viele Bistoy gestartet... Nein! Habe ich nicht... So... So... Aber wenigstens sind die Sachen hier unten gelandet... Hoff ich... Ne... die sind da oben gelandet... geblieben glaube ich NEIN! Go, Creeper! Zack. Ich bin auch an meinem Leben, das ist das. Und da unten wird schon wieder die ganze Gegen- Alles drüber! Eben! Und ich sollte mir langsam mal wieder eine Schaufel machen, weil die ist kaputt schon lange. So, mehr Sachen hatte ich glaube ich gar nicht. Also, ich hatte 8 Level oder 9 oder keine Ahnung. Davon habe ich jetzt nur noch 3, schade. Aber, ok. Zack! Bam! Perfekt rein. Und hier ist Killer. Tolle, 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 Tolle! Noch anderes komisches Material. Die Frage ist, ist hier der Baumfäller-Mod drin? Ne, leider nicht. Scheiße, bei den riesen Bäumen... Jaja, ist halt ein bisschen kleiner Kampf. Aber, ok. Gehört zu Minecraft eigentlich dazu. Aber bei so Monster-Reason-Rub-Up-Trees, da ist da keine Schlange. Eigentlich nicht. Echt. So. Ok. Also... Da ist Take It in der Richtung, finde ich Take It besser, weil da ist dieser Mod drin. Äh, vielleicht kann man den Mod wie Optifine noch hinzufügen. Ja, stimmt eigentlich. Kann ich ja nach der Aufnahme mal kurz austesten. Man kann ja die Mod-Packs einfach noch bearbeiten, selbst. Man kann auch Mods rausstreichen. Alter, was ist das hier? Hast du das gebaut? Ja. Strip-Miner. Uuuuuh. Ja, ich wollte einfach mal ein paar Mineralien haben und hab gesehen, dass es hier nicht ist. Es gibt hier ja Mining-Turtles, sorry. Aua. Es gibt hier Mining-Turtles unter... Wir brauchen gar nicht Strip-Miner, das ist geil daran. Wir haben hier mehr Zeit zu bauen. So, zack. Äh... So, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Robo-Tree. Wehe, der hat sich vers... Der hat gedacht, ach nee, hier hab ich keinen Bock mehr. Der Waypoint ist weg, also hab ich keinen Bock mehr. Ach nee, komm, wir laufen in die falsche Richtung, verdammt. Also, ich sag euch, nächste Folge sind wir immer noch auf dem Weg. Jaja. Es geht jetzt hier so die nächsten zwei... Bei seinen Navigationskünsten sagt er noch fünfmal hin und her und dann sagt er, ach scheiße, war insgesamt die falsche Richtung, wir müssen einfach nur über den Berg drüber. Nee, äh, der ist noch vor dem Berg übrigens. Ja. Was? Ja. Der ist direkt da vorne. Da war ich ja so total überrascht, weil ich bin mindestens zwei Stunden lang hier über die Insel geflogen und hab das gesucht. Und dann, wo ich aufgegeben habe, bin ich zurückgeflogen und dann hab ich den da gesehen und ich seh ihn, glaub ich. Seh ihn, seh ihn, seh ihn, seh ihn, seh ihn. Seh ihn, seh ihn, seh ihn, seh ihn, seh ihn. Seh ihn, seh ihn, seh ihn. Seh ihn, seh ihn, seh ihn. Ähm, ich glaub, dahinter müssen wir... Bist du eigentlich noch hinter mir überhaupt? Ja. Okay, gut. Ich kann sogar in dir sein. Ihhh, ist ja eklig. Nein, hier sind wir falsch. Da ist der Rubber Tree vielleicht. Nee. Aber hier sind diese fetten Bäume, die habt ihr nicht gesehen, aber ich schon. Die sind einfach gigantisch. Und ich glaub, wir brauchen doch diesen Baumfällermotor. Ja, Timberbot. Ich weiß, diese Bäume abzuholzen, das... Ja. Viel Spaß. Wollen wir euch nicht antun. Ja. Wie voll ist der jetzt noch vorm Berg? Ja, ich bin grad auf dem Berg am Hochklettern. Ich weiß genau, dass der vorm Berg war. Oder es kann auch sein, dass er auf der anderen Insel war. Oder? Nee, du hast gesagt auf unserer Insel. Ja, ja. Ja. Also musste... Baaah. Drop frame right. Don't drop. Hä, wo bist du hin? Ich bin hoch auf den Berg gejumpt. Ja, wo lang? Äh... Folge der Erdspur. Warte, ich se... Ey, hier ist überall Erde, verdammt nochmal. Nein, da wo kein Gras drauf ist. Lauf mal nach links. Äh, lauf mal in Richtung Norden. Siehst du auch damit... Alter, ich hab geiles Ohre gefunden. Ja, das ist Appetite. Das ist glaub ich nutzlos, soweit ich weiß. Egal, ich find es sieht geil aus. Ja. So. Von hier oben verhoff ich... Da! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Wuh! Ich seh ihn, okay. Also wieder runter. Äh... Runter, runter, runter. Am besten keine Knochen brechen. Das hört sich mal so widerlich an. Ja. Also okay, hier ist viel zu viel von dem Zeig, ich nehm nur so viel. Ja, ja. Ja, wo bist du? Okay. Komm, 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 komm! Komm! Putt, 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 putt! Hier geht's zum Rubbo. Und na... Hey, schau zu wie ich deinen Freund esse und stirb selbst! Äh... Ich bin so fies, ich weiß, sorry. Ja, aber wir brauchen Essen. Und ich hab mein Tree-Tab nicht dabei. Den hab ich beim Sterben verloren. Verdammt! Echt? Wie sollst du ihn verloren? Herz! Ich hab ein Herz, Junge! Und kein Essen! Ich auch nicht mehr. So. Dann ess das rohe Schweinefleisch. So, hier ist es. Hier ist der Tree. Aber noch nicht abhauen. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Hier hier ist der Rubber-Tree. Ja. Äh... Schlag mal alle Blätter ab. Die kann man abschlagen. In der Hoffnung, dass wir da ein Sapling rausbekommen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Irgendwo muss ein Sapling rauskommen. Mindestens einer. Bitte. Bitte. Ein Sapling. Ein Sapling. Bitte. Bitte. Ein Sapling. Nein. 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 Ja. Er ist noch ein Rubber-Tree. Echt? Oh, es wird dunkel. Er ist noch ein Rubber-Tree. Ich helfe dir. Bedeckt mit Kiehl! Come on, I'm playing you! Okay, sehr gut, dann können wir schon mal... Ah, da oben ist auch noch ein bisschen Sticky Rizzling. Also das Rohharz. Nein! Scheiß Framerate! Wieder! Wie lange ist die Aufnahme, Sean? Wir nehmen seit... Oh, noch 3 Minuten, also nehmen wir seit 12 Minuten auf ca. Nein! 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 Alter Scheiße! Ja, stell halt wieder auf Short! Ja, nein, nein! Das bringt mir ja nichts! Aber komisch, immer noch 2 Minuten... Ich müsste das Spiel wieder neu starten! Ah, das ist doof! Ich bin wieder runter auf Zeit, Rames! Scheiße! Ah, mein zweiter... Mein zweiter Tod in dieser Folge... Nein! Aber okay, äh... Das Geilste ist, jetzt habe ich... Weltfehler... Weltloading... Junkloading Fehler, okay... Ähm... Ne, jetzt nicht mehr! Aber ich lecke hier immer noch mit 3 Frames rum... Okay... Ähm... Dann... Warte mal... Es gibt in den Optionen eine Einstellung... Ähm... Wo es dann die Welt neu lädt... Und dann habe ich auch immer neue Frames... Aber... Ähm... Schalt mal auf... Äh... Sichtweite auf Normal... Auf Normal... Und dann lass es ein bisschen laden... Ähm... Und dann müsste das eigentlich wieder runter kommen... Also... Dann müsst... Dann neu umschalten wieder... Und dann... Stationen... Sichtweite... 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 Wo ist Sichtweite? Sichtweite... Render Distance oder was? Ja! Eins, zwei, drei... So... Egal, ich stelle sie jetzt mal auf Extreme und mach fertig! Nein... Äh... Extreme... Da kann es sein, dass es Out of Memory geht... Also... Achtung... Dann mach ich auch Fahr... So... Aber am Anfang... Äh... Ja... Dann lass es kurz ein bisschen laden... Wie gesagt... Und dann... Äh... Ich hab immer noch zwei Frames! Jetzt hab ich plötzlich... 15 Frames! Verarsch mich! Bis nichtweite auf Fahr... Plus irgendwas! Ja... Aber... Wenn die Welt jetzt länger geladen wird... Dann äh... Geht die wieder runter... Die Framerate... Also... Aufpassen... Ja... Trafikeinstellungen... Mach halt wieder auf... Äh... Short... Plus 2... Nein! Creeper! Man... Mein schöner Erdweg ist kaputt... Aber ich mach mal auf... Okay... Also ich geh jetzt... Ich weiß nicht wie ich... Ob ich zurück soll... Oder wie ich zurück soll... Scheiße... Ich geh jetzt sofort zurück... Ich geh jetzt sofort... Nein! Oh... Oh... Da geht's runter... Da geht's runter... Und zwar nicht... Dass ich nicht zum sterben runter... Sondern einfach so runter... Also ich bin schon gestorben... Also... Ja... Ja super... Was hast du noch? Was hattest du alles? Ich hab... Den Zap-Ding hab ich zum Glück noch... Ich auch... Nein... Nein... Mein Schwert geht in dem Moment kaputt... Wo mich jemand angreift... Mein Schwert ist schon kaputt... Okay... Meinst du noch nicht? Aber... Äh... Doch... Nein... Spinde... 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 Da... Die Folge ist unten eigentlich... Ja super... Ich... Ist mir scha... Alter... Ja dann komm halt jetzt noch schnell hier hoch... Warte mal... Ich mag noch einen Rubber-Tree... So... So... Ich hab noch einen gepflanzt... Okay... Sehr gut... Sehr sehr nice... Ja... Dann haben wir viel... Wir müssen unseren Eingang ändern... Weil wir keinen Kieren bauen können... Ja... Aber dann haben wir schon mal für diese Folge hier viel geschafft... Und... Wenn's euch gefallen hat... Gebt gerne einen Daumen hoch... Und... Oder ein Abo... Oder ein Abo vielleicht... Oder beide... Boah... Das war so toll... Wuuuh... Okay... Ich würd mich freuen... Ich mich auch... Sehr sogar... Ja... Und jetzt... Äh... Also... Es tut's nice... Nicht, dass er sich nicht freuen würde... Sondern es tut's nice... Ein... Nein... Ich hab... Er hat... Sich verstopft... Genau... Okay... Danke fürs Zusehen... Und... Bis zur nächsten Folge... Tschau Leute... Tschüss... Fuck yeah... Oh... Oh... Moment...